Ich war acht Jahre, genau wie Miquela. Sie war meine Zwillingsschwester. Ich hab es nie jemandem erzählt. Samstag feier ich meinen Geburtstag. Meine Mama hat gesagt, dass du auch kommen kannst. Und sie auch. Muss sie unbedingt mit auf die Party? Hast du verstanden? Ich gehe eine halbe Stunde weg. Du bleibst hier. Ikea! So, das ist die Schule. Das ist euer neuer Mitschüler. Willst du dich kurz vorstellen? Mein Name ist Mathia. Mathi, sag mir, was du mit deinem Arm gemacht hast. Willst du wirklich wissen, was ich mit meinem Arm gemacht habe? Ja. Sieh her. Er hat sowas schon lange nicht mehr getan. Er hatte sowas schon lange nicht mehr getan? Was soll das bitte heißen, dass es ihm besser geht? Er hat keine Freunde. Er spricht nicht. Geht nicht aus, schließt sich in seinem Zimmer ein. Er ritzt sich. Mathia macht mir Angst. Der da. Wen meinst du denn bitte? Der da hinten. Der mit dem verbannt. Sag mal, Spinsken? Weißt du, was der gemacht hat? Er hat sich absichtlich ein Messer in die Hand gerabt. Hier in der Schule. Der gefällt mir irgendwie. Wie kann der dir gefallen? So einer hackt dich in Stücke und wirft dich in die Mülltonne. Ciao. Ich bin Viola, das ist Alice. Wir wollten euch am Samstag zu einer Party bei mir einladen. Kommt ihr? Ich kann nicht. Und warum kannst du nicht? Möchtest du mit deinem Kumpel hier am Computer spielen? Oder wolltest du dir nochmal die Pulseinern aufschätzen? Ich hab keinen Bock auf Partys. Partys mag doch jeder. Schon, aber ich nicht. Ciao. Wie geht's der Hand? Gut, ich hab einen Verband. Das gibt deinen Namen. Ich hab auch eine, weißt du? Hier. Ganz schön groß. Woher hast du die? Ich hatte einen Unfall. Wo denn? Beim Skifahren. Ich hab keine Lust. Wie keine Lust? Jetzt frag schon. Den Ding wirklich raus. Nach was Lebel. Da oben knallt die Sonne nur so runter. Möchtest bitte deinem Hilf. Wir müssen los. Ich sag nicht. Du sollst endlich deinen Hilf trinken. Man kann überhaupt nichts sehen von lauter Nebem. Trink deine Milch. Aber es fängt an zu schneiden. Das ist mir egal. Ich bring sie hoch. Was wird denn das? Versteckst du dich? Du hast nicht geduscht, Henkemein. Du bist du etwa die ganze Zeit dreckig und hoffelt, Herr Wunder. Zieh dich aus. Hey, ich sagte, du sollst dich ausziehen. Los, wir wollen sehen, wie es runter aussieht. Klappe grüße. Mit dem Täter. Oh, schau mal. Was ist das denn? Kitz. Das heißt, du bist ein Genie. Ein Genie. Weiß nicht. Aber du lernst gern. Weil ich sonst nichts kann. Und ich? Erfalle ich dir? Weiß nicht. Ich hab nicht drüber nachgedacht. Was gibt's denn da nachzudenken? Wenn ich nicht drüber nachdenke, schenke ich gar nichts.